Wie bringt es sich an Lukas durch den Tag eigentlich immer so? Was sind eure Artikel-Schmess? Viel quatschen, viel über Gott und die Welt drehen eigentlich. Zuerst haben wir eine Zeit gehabt, da ein bisschen Musik gespielt, aber hauptsächlich erzählen wir uns alles Mögliche, wie wir uns kennengelernt haben. Du kommst von einem in das andere eigentlich. Wir sind ganz schön eigentlich schon ziemlich durch. Kennst du Lukas schon lange? Ich glaube, wenn man es so sieht, ist es schon halbbenig, oder? Ja, ich meine, irgendwo ist es schon der Punkt, wo er fast ein bisschen leid tut oder so. Wenn man es brutal sagt, jetzt hat er sich grob gesetzt, er hat sich das selber angefangen, er hat das jetzt zum Wenden und fertig ist. Genau so ist es jetzt. Aus! Der Regen ist immer ein bisschen sacht, ja? Ja, das ist echt sacht, ja. Ich bin jetzt ein bisschen schlafen, dass ich mich erholen kann in der Nacht. Ja, die Dreiviertelstunde passen gut, aber ich fühle mich super. Wie man, ich merke, schon viel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Grüß dich zu. Grüß dich zu. Grüß dich zu. Grüß dich zu. Wir freuen uns, dass wir uns immer wieder aufstehen. Grüß dich zu. Grüß dich zu. Vielen Dank.